Weil Wings Club cool ist. Hi! Okay. Und ja, wir gucken uns jetzt mal den neuen Spot an, würde ich sagen. Na hallo Aschok! Ich lauf mal langsam. Wenn der Nachbar jetzt nicht bohren würde, müsste ich mich da nicht müden, ne? Ich nehme mal so ein bisschen schon mal was mit, ne? Also cool sieht's ja aus. Die haben gar keine Beschreibung, die Dinger. Das Ding ist, ich würde jetzt gern wissen, ich muss mir jetzt erstmal den ganzen Spot hier irgendwie angucken. Um zu gucken, wo wir grinden können. Oder wie man hier generell grindet. Also ich glaube, hier grindet irgendwo jemand. Vom Stun habe ich jetzt nichts gemerkt. Ha, ich hab Mobs gefunden! Pog! Ich muss erst mal Dings sammeln hier. Okay, also ich muss da auf jeden Fall ein Stück reinrennen. Oh, die machen aber ganz schönen Schaden. Das habe ich ein bisschen unterschätzt. Gucken, wie man jetzt hier am besten die Mobs zusammenzieht, ne? Nur ein Mobs dann, okay. Tungrat wurde abgeschlossen. Esswissen. Lul, wie ich direkt Esswissen wieder bekomme. Ah, ja. Okay. Ist interessant, muss ich sagen. Dass der jetzt anfängt, mich zu bohren, ne? Ich hasse den manchmal. Mit Kutuma habe ich 261, mit Nuva 273. Sicher nicht meine Tür klingeln, nein. Okay, ich weiß gar nicht. Hm. Es geht eigentlich, bitte, wenn ich Eswissen habe. Das Problem ist, okay, also der Spot ist auf jeden Fall zu klein für mich. Okay. Ja, wurde doch gerade eben schon mal gesagt. Mit dem Winx Club Gif. By the way, das habe ich auch gar nicht zum ersten Mal drunter, ne? Kanten sind ein bisschen tricky hier. Hm. Out. 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 Letzter Augenaufschlag, Augenaufschlag, wird sich die Schaufel wegfragt. Das wird dein letzter Augenaufschlag, dein Augenaufschlag wird verbrannt in dem Tag. Uff, das war gerade ganz schön knapp hier eher. Demnig, übel war es abgezogen gerade. Übel. Also, pfff. Die machen Schonschaden. Hallo, Lezatan. Heieiei. So, welcher von den Mobs droppt jetzt eigentlich den Leiten? Können den jeder Mob droppen? Kanten sind ja ein bisschen tricky hier. Und zumindest habe ich hier so ein roter irgendwie zusammen gebastelt. Der eigentlich gar nicht so bad ist. Oder? Felsklamm, good old memories. Hallo, Tikkuni. Felsklamm. So, Harcimu. See you next time. See you next time. Also man muss ein bisschen aufpassen, ich habe ja meine Kutumen gerade an, aber trotzdem zecken die ganz schön, wenn die mich treffen. Wieso war ein neuer Patch? Weil wir einen neuen Spot dazu bekommen haben. Schlieri denkt ihr für den Host, weil wir einen neuen Spot dazu bekommen haben und also hier Haschra, wo ich gerade bin. Dann wurde die UI überarbeitet in game. Wir haben jetzt die Konsolen-UI. Neue Kristalle. Alter, die ziehen mir übel was ab, ey. Vielleicht sollte ich die Potzen ein Stück höher einstellen. Habe ich jetzt nicht erwartet. Und Halloween Purse Shop, genau, genau, genau. Einrichtungszeug gibt es auch neues. Was wäre der Trash jetzt wert von den Dingern? 8000. Das ist doch so wie, warte mal, Arkman hat 7500? Ne? Ich? Habe doch keine schlechte Laune. Nein, ich muss mich ständig muten, weil mein Nachbar gerade der Meinung war, ständig zu bohren. Und zwar richtig extrem laut, sodass ich mich selbst schon nicht mal mehr gehört habe. Aber schlecht die Laune? Nö, warum? Miro? Miro hat 13.500. Oder war noch 13.500? Ja, mal gucken, wie das hier ist, wenn ich da ein Esswissen habe, ob es dann immer noch so übel ist. Ich kriege ja doch ganz schön auf den Sack. 17,5, Amiro? Okay. Wenn du das sagst. Endlich zu Hause. Ja, nice Kuno. Ich bin endlich am Haschra Spot angekommen. Ich sehe aber schon meinen Tod, ey. Aber der Weg ist übel weit, den du laufen musst, um hier anzukommen, ne? Du musst schon super weit laufen. Und wie schnell man diese Tür übersehen kann. Holy. Ich traue mich da gar nicht richtig stehen zu bleiben gerade, ne? Au, oh, oh. Der kann mich stunnen. Bolton ist das. Ja, also erstmal den Weg hin musst du finden, ohne dich zu verlaufen? Das ist schon mal das Erste? Aber die drücken, ja. Also ich sag's doch gleich und du schätzt das lieber nicht. Also cool sieht's hier auf jeden Fall aus. Kann man schon gar nicht anders sagen. Aber die, also auf die Kanten hier, ne? Ist ein Erlebnis, sag ich euch. Ich bin dabei auf 64 zu leveln tatsächlich wieder nebenbei. Weil ich mit Eleki eine Challenge gemacht habe, wer zuerst von uns beiden Level 64 ist. Beziehungsweise, ich wurde herausgefordert und hab sie dann akzeptiert. Ja, ja. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Autsch. Fuck. Aber hey, ich leb noch. Alles gut. Alter, wenn die dich einmal haben, ne? Musst du echt aufpassen. 500 quotes? No, man. Ja. Freust dich schon, ne? Wenn ich auf 64 mache, ist für dich wieder eine Einladung auf 66, ey. Du bist so ein kranker Doody, ne? Ich sag ja, du brauchst ganz dringend eine Freundin. Äh, 530er Scrolls jetzt gerade? Nö. Ich hab sogar immer noch 10 Stück vom letzten Mal. Die hab ich sogar dabei. Aber man kann sagen, was man will. Der Spot sieht schon cool aus, ne? Aber der Bolton Stunt, also, da müsst ihr echt aufpassen. Das ist nicht ganz so witzig mit dem Bol, wenn der euch hat. Ich versuche mich auch gerade ein bisschen auf Range noch zu halten. Bis ich denn vielleicht mal Wissen von dem Sack bekomme. Ja, eigentlich wollte ich noch gar nicht so schnell auf 64 machen, ne? Aber schön, dass du wieder wach bist, Flo. Ist schon cool, der Spot. Also, wenn ihr den... Hm. Wenn ihr den Weg einmal findet, dann ist das ganz cool hier unten. Uff. Das war aber... Komm, wir machen das gleich nochmal. Warum ist mein Herz eigentlich aus? Also, diese Stufen hier sind super gefährlich. Wie du hast nicht geschlafen. Wie du hast nicht geschlafen. Ich dachte, du wolltest Powernap machen. Ne, klasse mit DP zu sein, wäre jetzt echt nice, ne? Ich weiß nicht, so eine Walk stelle ich mir unten ganz geil vor. Aber so Brain-Av-K kann ich gerade hier noch nicht lang rein. Ich will Mystique... Ich will gerne Mystique spielen. Ich weiß nicht, Mystique gefällt mir irgendwie. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie... So, meine Klassen, die mir wirklich gefallen sind, sind wirklich Dike, Lan, Kuno, Walk. Und Zorc. Entschuldigung, auch noch. Sind so die, die mir gefallen. Du bist Twitch, das stimmt. Sag mal, hörst du mal auf mich hier dauernd zu stun, du blödes Ding? Wolltest du unbedingt sehen, wie ich draufgehe in Haschra, oder? Oh, B-Wissen. Sag mal, ich hab doch meine... Ich hab doch meine Kutum an, ja. Lull, ich fühl mich jetzt, als ob ich keine DP hätte bei den Viechern. Mh, 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 mh. Das könnte ich noch machen. Das Feeling hast du schon selbst. Was meinst du? Keine D-Pizza? Ist halt so ein Decay-Ding, ne? Hm, also es ist auf jeden Fall... Ich find den Spot eigentlich ziemlich nice gemacht. Ich würd jetzt nicht mal mehr behaupten, dass es zu wenig Mobs hier unten sind, ehrlich gesagt. Wenn's noch mehr wären, wär ich tot, ey. Das ist schon verrückt. Wer von euch ist mittlerweile auch bei Haschra angekommen? Alter, dieses Stu-Fan. Äh, hab ich ja. Weil ich so langsam aussehe, ne? Ist vorhin im FPS... Ich weiß, was du meinst. Ist mir selbst auch schon aufgefallen. Aber ich hab ja rausgefunden, dass da mein FPS da liegt in dem Moment, wo das so aussieht. Aber ja, ich hab fünfe Tech-Speed, natürlich. Hm, ich weiß. Ich hab das, äh, letztens auch schon getestet und nach mir so... Boah, what the fuck, warum bin ich denn so langsam, ey? Aber... Ich kann das nur noch auf die FPS zurückführen, ehrlich gesagt. Und das ist aber auch nur bei dieser einen Kombo so. Ich weiß nicht, warum es so ist. Das sieht aus wie der letzte Plebo vom Dienst, ne? Hm, ich weiß. Ich weiß nicht, warum das Ja, ich weiß, aber bin ich gar nicht, weil ich die Dinger schon hintereinander... Also, ich könnte die ja Dings-Taste anmachen. Oh, oh. Dann würdet ihr sehen, wie schnell ich die Tasten drücke, aber nee. 10-10. Wow. Ich brauche mal eine neue Villa. Kann ich die hier so hinstellen? Easy. Uff. Ey, also manchmal... Also, die ist nicht ganz so leicht. Was? Dämonen-Queen, oder? Ich habe Engelsköniginnen an. Fand ich schöner, wegen der Krone. Ich finde die Krone nicht schön bei Dämonenköniginnen. Ja, ja. Ja, viel Spaß beim Training, nicht so, ne? Ja, viel Spaß beim Training, nicht so, ne? Die Leggings, ja. Aber das war's auch. Ich traue mich da schon gar nicht mehr in den Rand zu gehen, so oft, wie die mich jetzt schon gekriegt haben. Schon tricky. Äh, One-Armor-Tile. Nee, Schuhe kannst du separat aussuchen. Also, die Schuhe sind auf jeden Fall separat. Krone ist auch separat. Aber ansonsten, das Ding an sich, ne, halt dann... Ja, nee, aber ich, ich habe meine auch andere ange... Ich habe meine, die Schuhe vom Dings angezogen. Äh, oh Gott, wie hieß denn das? Schnell das mit Haar? Äh, äh... Fuck, ich finde es nicht. Okay, dat? Oder wie hieß denn das? Ich finde es schon nicht. Finde ich mal da in den Gildenkalender. Du findest generell den Kalender unter... Oh Gott. Normalerweise unter Belohnungen, Anwesenheitsbe... Ja. Ja. Also, es steht nichts da, aber hier ist Gilde... Und hier ist Loyal. Gilde, Loyal. Hier lädt. Ja, genau, hier lädt. Danke. Was? Ich streame doch immer. Läu. Ich habe doch zuletzt am Samstag gestreamt. Tuaal. Scheint, wo wir in der Deutschen mehr sind. Also, bei mir steht halt gar kein Name da, ne? Aber ich kriege hier mehr Prozente als in Österreich, by the way. Ich will ja nichts sagen, ne? Ja, aber... Gedanke Zeit. Ja, du hast es auf Englisch eingestellt, ne? Aber generell, ey, wenn ihr das Spiel auf Deutsch habt, ja? Und ihr seid im Stall und ihr wollt euer Pferd rausrufen, dann müsst ihr auf Suche klicken und Suche ist dann herausholen, by the way. Also, richtig nice Übersetzung am Start. Findest du Greta Thunfisch? Was? Ja, aber ich weiß nicht, was sie diesmal verkackt haben. Erstmal konntest du dich nur im Klienten einloggen, wenn du alles kleingeschrieben hast, also deine ganze E-Mail-Adresse. Da bist du nicht reingekommen. Irgendwie, äh... Ja. Schwierig. Okay, ich glaube aber langsam geht's hier mit mir. Was sie verkackt haben. Äh... Gewöhnungsbedürftig? Nein, ich find sie auch nicht schön. Ich find sie viel zu riesig. Wir haben jetzt halt ne Konsolen-UI. Weil wir spielen ja eigentlich auf dem PC und, ne? Warum sollen wir ne Konsolen-UI brauchen? Aber ja gut, hey, ist halt so. Das Geile ist, dass die Mops hier unten nicht mal einen Namen haben, wenn ihr mal auf den System-Chat guckt. Wenn ich den Trash einsammle davon. Gibt keine Bezeichnung für den Trash. Also, läuft richtig. Ich hab vorhin Duell vor Spot gehabt. Ich hab in der neuen UI nicht gefunden, wo die Kampferena ist. Ich mein, wir haben das Duell gewonnen und so. Alles cool. Der musste halt ein bisschen auf mich warten, bis ich's gefunden hab. Aber... Ja. Also, als wir Strayer waren, natürlich. Hier hatte ich jetzt noch kein Duell. Diese kleinen Mistviecher machen so einen Schaden. Holy. Ich würd mal ein ganz kurzes Gucken... Oh lol, mir fehlt ein Steinrückenkrebs, okay. Mhm. Ich hab auf jeden Fall eine Energie dazubekommen. Das weiß ich. Hm. Die Oberleiste noch den Menschen anpassen. Ja, und ich hab vorhin... Ich bin ins Game rein, hab dann direkt das Team gestartet, eigentlich. Ich vermute, man müsste hier so viel Trash machen wie in Arkman. Die Stunde. Also, ich sag nur Agua, ne? Also, ich sag nur Agua, ne? Also, ich mag ja Hüsteri ein bisschen lieber, ne? Also, ich mag ja Hüsteri ein bisschen lieber, ne? Ich sag nur mir, ne? Nein! Nein, 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 nein. Oh, oh. Ja, oh. Ach, schön Kein Kristalln-Easy Ich sag euch, ne, das geht so schnell Ihr habt ja gar keine Ahnung Also, ich würd mir, ich weiß nicht, ob ich mit mehr DP mehr aushalten würde, aber richtiges RIP auf jeden Fall Was heißt denn da? Schade Hallo Fusen Ich trau mich schon gar nicht mehr, da heranzugehen, ne? Weil die mir so viel abziehen Schon hart Ja, ich Bist besser als Francie, oder? Ich hol mir gleich Plünder, Alexi, wenn das so weitergeht Alter Was hab ich hier noch so drinnen, ich hab doch hier bestimmt noch irgendwas Ich fress halt ordentlich damit Das hab ich ja auch grad schon überlegt, ob Plünderlex hier das beste ist Ich mein, ich hab 4200 Leben und die ziehen mich runter Als wenn ich halt nackisch wär Eine Klasse Methil müsste man jetzt sein Warte mal, ich glaub, ich probier das wirklich aus Einfach mal zum Tisten Tisten Hm, hallo Peterpock. Hi. Hallo, auch dir. Schon eine Herausforderung hier unten, ey. Man merkt es vielleicht daran, dass ich hier wirklich in Unterne däsche, wie so eine Behinderte. Ja. 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 Sonst wird sie immer nix sagen müssen und auch nix sagen. Hallo Album. So ne Flosken. Ja, da steckt's ja nicht drunter manchmal, wo. Also mit Plündern-Nexik klappt's besser, gefühlt. Ja, da steckt's ja nicht drunter. Ey, ich muss so aufpassen, ich kann gar nicht richtig in den Chat reingucken, weil ich so nach vorne gucke die ganze Zeit. Hallo Bosa. Mit ist aber länger her. Na, ist gut bei dir. Ich dachte grad schon, ich bin wieder gestunt, ey. So ein Kack-Mob. Du bist ein Kack-Mob. Du Hunde, das hätte ich mal bekommen, als hätte Chris sind gemacht, seit 20 Minuten. Ja, nice. Get set, Bosa. Trotzdem nicht mithalten mit den Leuten. Warum? Was hast du denn, Bosa? Mh, 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 mh. Okay. Aber das ist doch gut. Ich hab doch das... Ja, gut, ich hab halt mit Nuwa 2,73, aber ich hab doch, ähm, DP auch nur 2,98. Hm, klappt irgendwie besser mit Plünder, oder? Ja, in Skillpoint, Pock. Ja, 2,80, 2,90 peile ich auch an. Auf jeden Fall merke ich bei dem Spot, dass ich ausdauermäßig auf jeden Fall gut ausgeport bin. Und das Problem hab ich sonst nie mehr Spots. Also Plünder ist hier auf jeden Fall viel angenehmer als das Frenzy. Also zumindest für meine Klasse jetzt diese Minus 15 DP, die ich ja durch Frenzy hab, sind schon... Die waren schon sehr, sehr spürbar. Das hat schon sehr geknallt. Willens, Alexia. Ja, stimmt. Wom hab ich das eigentlich ausgepackt? Cheetah. Jetzt hast du was gesagt. Ich hab das ausgepackt letztens, das hätt ich mal nicht machen sollen. Ja, also... Gott, diese Stufe hier. Gibt's hier keinen cooleren Weg nach oben? Also ein Plünderlexier ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen angenehmer. Ich muss trotzdem wie Hölle aufpassen, ne? Bist du da... Wollt ihr so gehen am Spot, oder was? Ihr habt vier Eier produziert. Oh, Kai. Hm. Auf jeden Fall schon viel Wissen gesammelt hier. Der Trashwert 8000. Ja. Der Spot ist ab 250 AP. Aber unterschätzt es nicht. Die tun ganz schön weh, die Dinger hier. Hm, hm. Der Stun ist eklig von denen. Desklar. Untertitelung im Auftrag des ZDF. Ich bin gerade eben auch schon gestorben, macht hier nichts draus. Passiert. Ich bin auch nicht heulend weggelaufen. Sag mal nachträum, wann fängt denn dein Stimikus an heute? Ey, den Buroco, den habe ich noch gar nicht als Wissen. Oh, als Esswissen habe ich ihn aber jetzt. Ja, nice. Okay. Kann man halt auch mal machen. Wenn du Histria bist, Kappa. Und wann bist du da? Oh, oh. Oh, oh. Ja, das ist also Hassrahmen. Hm. Also ich mag Histria lieber, ne? Okay, es sind noch mehr Mobs anscheinend. Cooler Spot, aber tut ganz schön weh. Tut meiner Dicke ganz schön weh. Okay, das ist natürlich die Frage. Ah. Da wäre es unser Portal. Du verkackst alles, du komische Ankelo. Ahem. Okay. Hallo, Freezy. Dank dir für deinen Host. So, warte, was wollte ich jetzt eigentlich tun? Dank dir für den Host. Wie geht's euch? Alles gut bei euch? Hallo, Kati. Hi und zu. Okay. Viel Spaß. Ich bin eigentlich ganz nett. Ja, wenn ich mir Mühe gebe, dann bin ich auch mal nett. Okay. Also im Prinzip ist es eigentlich nur geradeaus runter. Ja, wir sind gerade eben schon ein bisschen am Hassra grinden. Aber Freezy war, glaube ich, auch Hassra, oder? Kann das sein? Was hast du da gesagt, Freezy? Wollen wir mal die Rota hier ausprobieren? Obwohl, das ist ja unsere wieder. Ach, scheiß drauf. Wir bleiben jetzt hier. Irgendwie bist du klargekommen. Ich krieg ganz schnell auf die Fresse von den Mobs. Krieg ganz schnell auf die Nase. Ich hab's jetzt mit Frenzy probierend, aber Frenzy war gar nicht gut für mich. Ich hab auch zwei... Ach nee, wohl nicht. Ich bin gerade mit 308 dp. Hier drunne. Aber das war keine gute Idee, hier Frenzy zu benutzen. Ich probier's jetzt gerade mit Plüner. Wisst ihr eigentlich noch, wo ich mein Zelt hingestellt habe? Egal, wir stellen's ja hier vorne hin. Mit Raining is nice. Okay. Immer bin ich schon verreckt, ey. Weil ich nicht aufgepasst hab. Hab aber nichts verloren, zum Glück. Dass man Zelte nicht aufbauen kann. Und wie findest du die neue UI? Die ist doch richtig schick, oder? Okay, dann dank dir, dass du da warst. Und was auch immer du tun musst. Viel Spaß dabei. Hässlich und unnötig. Juppe. Wie war... Wie war... Frauen-Ding? Nee. Ja, also... Die ist echt nicht... Echt nicht toll. Also ich bin auch ne Frau und ich mag gar kein Gold. Zum Beispiel. Also hübsch ist anders, definitiv. Bist du keine richtige... Achso. Ja, dann. Hörst du, seine Frau? Nein, das ist nur meine männliche Stimme, die ich ein paar Oktaven höher gelegt habe. Black Dice, dank dir für dein Follow. Munschi, Alter. Was? Du bist eine Frau? Ähm, ja. Aber ich bin eine Frau, die kein Gold mag und kein Rosa oder Pink. Überhaupt nicht. Das Lila ist geil bei der Dicke, ja? Aber wie wird mir immer gesagt, Lila ist die Farbe der sexuell Frustrierten. Hm. Hm. Hallo, Dragoon. Ich bin ja dafür, dass ich hier schon einmal verreckt bin, ne? An so ein Kull-Quash. Könnt ihr ja ruhig mal... ...Ein Layton droppen. Na, geht's euch gut? Gut. Ach, komm her, hier. Komm ich ja mal popfen. Die Frage ist... ...wollen wir uns gleich in der Battle Arena noch ein bisschen prügeln gehen mit meinem neuen AP? Ja, nein, vielleicht. Mal gucken. Weiter Hasra oder Battle Arena? Yay! Was? Ich fahre mir unten Jonas Fragmente? Okay. Das, äh... Ja. Okay, also hier unten kriegt man anscheinend auch Jonas Fragmente. Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Mhm, mhm. Prügeln. Ja, wir können uns auch liebevoll hauen. Ries hier. Aber ich dachte, ich werde meinen männlichen, äh... ...meiner männlichen Persönlichkeit mal, ähm... ...her. Und nenne es einfach prügeln. Liebevoll hauen. Okay. Okay, wer möchte sich denn alles gleich liebevoll in der Battle Arena hauen gehen? Ich, äh... ...muss gleich mal gucken, auf welchen Channel ich bin. ...muss gleich mal gucken. Okay. Dumme Trisha, okay. Können wir... Können wir gerne machen. Aber dann muss ich definitiv viel mehr FPS sorgen, weil dann sonst ist Ripp, ey. Sonst merkt ihr ja gar nicht den Ausmaß meines ganzen Schadens. Munschi, kommst du auch? Mit deiner LAN? Ich habe gerade auch erst überlegt, wenn ihr halt mit Trichance kommt, dann könnte ich ja auch meine LAN nehmen. Aber meine LAN hat halt nur süßer 230 AP, ne? Hm. Ah, wir kriegen die beide Arena schon full. Also ganz ehrlich, mit Plunder klappt das hier echt besser. Hätte ich mehr DP, dann würde Francie wahrscheinlich auch geil sein, aber dadurch, dass mir die DP fehlt... Ich habe eine Frage. Das neue Gebiet ist, wenn du auf der Karte unterm Soldatengrab guckst, da hast du direkt Hassraum. Dann musst du in die Höhle reinlaufen. Also pass auf. Du bist hier hinten. Also du bist jetzt hier. Und du musst durch die Höhle einen richtig langen Weg durchlaufen. Durch eine... Ja, durch ein Tor. Mit der Klaue, die du bekommst. Und dann, ja, bist du halt drinnen. Du hast richtig nice article. 280 TP. Okay. Huch. Lesen und Laufen. Draining, also. Mhm. Ich muss das auf jeden Fall noch ausprobieren, ne? Wir haben jetzt Francie ausprobiert. Jetzt Plünder. Aber wenn du sagst, Draining ist der Shit, dann müssen wir auch mal Draining ausprobieren. Verbotene Bücher, Jona-Fragmente. Hier droppt ja gefühlt alles. Ey, es ist was zum Teufel. Oh, oh. Au. Au. Passt einmal nicht auf, bist gestunnt, bist du echt ripp, ne? Ja, ich weiß doch. Draining, Plünder, ja. Ich lese gerade nur halb, tut mir leid. Ich bin gerade voll dumm und so. Okay. Aber Dings hat, äh, Mutschi meinte auch, ähm, oh Gott, wie ist der angetrankt nochmal, den ich zusätzlich nehmen sollte? Mutschi, was meintest du, welchen trank? Zum Plünder-Alexier? Ja, Deutsch, Englisch, äh, ripp. Willens-Alexier. Ist schon ein langer Tag für mich gewesen. Es tut mir leid. Oh yeah, Cron-Food ist auch ripp. Geil. Läuft hier richtig rückwärts bei mir, ne? Also manchmal sollte ich mich echt umbenennen in Pilo, ey. Lady Pilo One. Das würde viel besser passen. Äh, ich würde jetzt meinen Plünder noch, glaube ich, wegdrehen, ne Runde hier. Und dann können wir uns eigentlich Battlerina treffen. Ich glaube, ich bin Calpheon 6, by the way. Äh, äh, hier. Hier, ja, bin ich. Also wenn du noch fünf Minuten wartest, hast mein Draining. Da können wir Battlerina gehen. Sag mal, Freezy, hast du ne Ahnung, warum meine Kombi so aussieht, als wenn ich ne 40-Jährige wäre? Ich rede von dem Pre-Awakening mit, ähm, S-Links-Klick, S-Rechts-Klick und, äh, Space. Also die hier. Wenn ich's richtig getestet hab, lag's bei mir in der FPS. Umso höher die war, desto schneller konnte ich die Skills auch klatschen. Aber so mit Stream sieht das aus, als wenn ich fünf Jahre brauche, bis sie die Skills rausholt. Und die sind auf jeden Fall ausgeskillt. Copper Freezy ist noch da. Oh no. Oh. Rippen. Uff. Doch nicht. Weißt du was? Ich geh jetzt in die Battle-Arena. Scheiß drauf. Ich hab keinen Bock mehr. Ich stell mich jetzt hier hin, worum ich hier bin. So. Das war Unterkrieg und dann Kampf Arena. Ich frainer nach sie. Tuckeron. Ich schieß mir ausgeißng. Deine? Das war in der Gröning liberanz. Das war I fasलhar. Hinterklar? Das war in der värони.